Ich weiß auch nicht. Wo ist das, wenn man den Map braucht? Ähm, okay. Mark war schon ganz nah. Markus, Marius, Marvin. Marco. Marco nicht, nee. Oder... Okay, mir fällt es echt nicht ein. Markus ist richtig. Ey! Dankeschön, Markus. Ehre. Danke, danke. Die Fresse, Alter. Ich müde euch alle. Gebt mir alle auf den Sack, Mann. Mein Gott. Oh, es ist mir zu laut hier. Ich kann mich nicht konzentrieren so. Aber Unmut nicht, dass du in Rock auch direkt gebannt wirst, Bro. Ja, kannst du selber machen, Alpay. Einfach Ausrufezeichen Wrong Song. Minions haben spawned. Haha, benutze ich den Chat. Haha. Besser so, Unmut. Besser so. Sonst hast du irgendwann gar kein Game mehr, was du zocken kannst. Ja, alles gut. Ich hau den eh raus. Ah, fuck. Ich hab den Early Gang vergessen. Nein, das ist so dumm. So dumm. Nein, da war ich voll in meinem Film und hab den in ihren Film vergessen. Ah, so dumm. Das ist so dumm. Moin, Fanboy. Willkommen. Servus, Fanboy. Bruder. Ja. Ja, fick dich mal aufgucken. Ey. Das war echt antwortlich. So ein obviers Erwachen der Gang. Ich war schon draußen, Bro. The fuck. Ichудь bei dir zuerst. Mit dir dringend. Oh. Im Film. Die Dringend sind nicht im Kontrollen. Oh. Die Dringend sind jetzt gewonnen. Die Dringend sind nicht unterbrechen. Die Dringend sind unterbrechen. Die Dringend sind nach dem Trollen. Die Dringend sind unterbrechen. Das war schaum. Alles ist unterbrechen. Egal, davon erholen wir uns noch. Ich sollte halt vorsichtig sein. Ein bisschen vorsichtiger sein. Ehm. Das war's für heute. Dein RedBuff ist da, aber leider mache ich den nicht. Na, da war der Teufel schon. Hat er schon gedroppt? Ja. Na, da war der Teufel schon. Na, da war der Teufel schon. Alter. Ich hoffe, mein Ende läuft nicht so gut wie der Anfang heute vom Stream. Schon mies. Ich ging hart auf dem Deckel. Ich werde dich missen, Bruder. Dein Leider ist unter Attacken. 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 Ah... Bruder, ich brauche sowas von Wards, Alter. Bruder, dass wir das noch überlebt haben. Okay, Ganesha darf entmutet werden. Das hat er gut gemacht, der Bruder. Das hat er gut gemacht. Muss ich nur mal schaffen, meinen Red Buff zu kriegen. Dann ist alles nice. Ah, schade. Du Hurensohn, Digga. Ich werde mich verarschen, Alter. Ne, ich skippe das. Mach ich muss. Das hat nichts mit, warum ich sie nicht skille. Warte noch. Warte noch. Ich krieg mein Leben. Tänke. Tänke Messer... Ja, sie hat mir Fersowern. Untertitelung des ZDF, 2020 Erinnerst du von A$AP oder schon was von Z-Rising gehört und was nach dem Run gemacht hat? Achso, ja. Ich war auch echt stolz auf dich, Digga. War das Z-Rising? Ich glaube schon, ja, ja. Aber, also ich habe mich schon gefragt, wann so einer kommt, ne? Weil es war klar, dass so einer kommt. Ah, zu weit weg, Bro. Ihr Rite Tower ist unter attack. Ich bin in die Zeit, wenn ich in die Neue bin. Ihr Team 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 Team. Okay. Wir alle Epirama geil sind. Hey, du bist ziemlich gut. Es wird uns nehmen. Tomorrow ist der Tag, dass wir endlich kommen. Soll ich durch Alper erzählen was ist? Also ich war ja gestern nicht dabei. Das kann doch nicht wahr sein. Jimmy, beruhig dich. Beruhig dich. Puta. Ist nicht normal. Ist das hier wieder Bronzer oder was? Holy shit. Warum kriege ich diese ganzen Bots die ganze Zeit? Man, ich verstehe es nicht. So frage ich mich auch gerade. Ich verstehe es nicht. Apac, nicht du, Mann. Deathier Midlane, Mann. Warum rotatest du für nichts, Mann? Holy shit, Mann. Was ist das Elo? Weißt du mir, warum du stolz auf mich bist? Also wenn das der Typ von gestern ist, dann weil du halt als Türke, ne? Sieht man selten. Oh, you guys are fucking stupid. Holy shit. Ich denke, du redest zu meinem Team. Der Apache, er geht schon für Apache, weißt du. Apache ist jetzt nicht unbedingt der Midlaner, den man zur Zeit picken sollte. Und dann ist er auch noch so dumm und rotatet für nichts. Und dann sag, Shimi, soll mal Z-Rising auflernen. Oder Shimi ist gerade dann beschäftigt, äh, einen Teil seiner Beherrschung zurückzuerlernen. Was, was, Z-Rising? Ach, der Freak von gestern, ja, das war so ein Idiot. Der hat halt, kam halt rein, hat irgendwas dummes gelabert. Ja, war so schissen. Das mach ich auch schon scheiße. Das mach ich auch schon scheiße. Fucking Bots, Alter. Sowas verliere ich. Gegen sowas verliere ich, ey. Auch das Game davor hätte ich ein Leben verlieren dürfen. Das macht den Abstand. Damit Tách nehmenよし. Ich bin unten in der Fall. Aber wir müssen uns keine Ahnung, bis jetzt. Das war's noch ein Leben. Ich bin unten in der Fall. Ich bin unten in der Fall. Du hast aber auch schon im Leben. haft, du hast das Auto-Dakten. Ich bin unten in der Fall. Ich bin unten in der Fall. Ich kann nix machen Ich muss den Leuten wieder erklären, was sie spielen Ok, ich kann ihn putzen Can you stop fighting? Was zur Hölle, alter Ok, ok Ey, die triggern mich grad so hart, die spielen alle ohne ihr scheiß Gehirn zu benutzen Unglaublich Und kriege ich diese Downies die ganze Zeit The fuck Ja, es war mir klar, ich wusste, dass dieser Tag kommen wird Ich schwör es dir Aber jetzt mal im Ernst, Dirtmann, die spielen doch grad komplett brainless, vor allem dieser Ratatoska Komm schon Oh Ciao Ciao Oh. Haha, Mann. Ah, come on. Fucking don't stick to him, Ganesh. He has no brain. Oh my God. Warum ist die Ulti nicht auf Instacast? Holy shit. So wild. Fucking sleeping cunts, Alter. Was ist hier los? Ey. Bruder. Braucht gleich Drogen, um hier klar zu kommen. Ich muss dann erstmal kippen und nach dem Gehen. Ich muss erstmal ne Pfeife nach dem Gehen. Also mit kippen machen wir eigentlich Heroin. Ach so. Sorry. Vergesst ab und zu das Code-Word. Oh my god. Group up. Group up. Group up. Group up. Group up. It's a trap. Oh my god. Die ist so behind. Oh my god. Die ist so behind. Das war nicht. Wie ist das? Ja. Ich bin entdeckend. Oh, mein Gott. Kommt. Jetzt muss er mitzure. Das ist so. Sert gibt es aber auch hier. Ja. Jetzt muss er mitzure. Das war's. Okay, das war ich noch da. Geht doch. Geht doch. Von mir. Bruder, ich weiß nicht was. Diese Autotext, die hören sich schon nervig an nach der Zeit, muss ich sagen. Ja, du hast den Red Buff verdient, Bro. Du hast ihn verdient. Das sind meistens irgendwelche Idioten, die halt von ihren Bauerneltern indoktriniert wurden. Die wir noch nie selber gedacht haben. Nein. Ich weiß nicht, Kevin, ich versuche das Spiel wirklich hart. Das Spiel ist ganz wichtig. Das Spiel ist totaler gedauert. Ich kann mich also wiederholen. Richtig. Richtig. Aufwand! Wir schauen zu diesem Spiel. Hm. Dieser Wichser. Als den Antioch Christstern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade gar nicht dran gedacht, den Stern. Ich habe den voll vergessen. Toxic Blade. Nee, an sich nicht, aber es kommt ganz gut wegen den ganzen Arachne Gangs. Am Anfang habe ich ein bisschen mehr Leben und Sustain dadurch bekommen. Dann passt es schon. Komm, ihr seid zu zweit, Digga. Dann kommt ein wenig. Wir haben ein Bewerb. Hä, nee. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Dann ist die Musik. Wie schlug ist das? Aber es gab auch Chilp. Aber den ist einer GD. Oh shit. Die Arachen kommt, vielleicht können wir die uns nutzen. Weiter. Oh nein, okay. Die kann ich noch nicht solonen. Da fehlt noch einiges. Ulrich kommt von Mitte. Oh, die waren ja immer noch da. Geh dich heilen, Junge. Holen wir uns am besten noch ein Crit-Item. Ja, ich denke ein Wind Demon. Ja, dann kriegen wir nochmal gut Penn. Mal stabil. Ja. Ruhend Demon holen wir uns noch. 1032. Ich bin die Doppelapfel. Ja, ich mache mir danach eine Pfeife. Ich bin die Doppelapfel. Ich bin die Doppelapfel. восkürzt. Alles fit Patrick, willkommen. Willkommen. Bruder, kann ich die gleich wieder muten? Ich habe einen Anmutter. Ich habe einen Anmutter. Ich habe einen Anmutter. Oh mein Gott, das ist so gut. Fuck it. Shit man. Attack the titan. Attack the titan. Attack the titan. Yes. Hey. Oh my God. 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 Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Ja. 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 Jörg. Sie hedgem ved. Nie. alto. Lizzie. Vielen Dank.